Anlagenoptimierung Axel ist Anleger mit Leidenschaft, genau wie seine Frau Anja. Während Axel einer selbstständigen Tätigkeit nachgeht, arbeitet Anja als Angestellte. Beide jedoch teilen, dass sie ihr Geld gerne gewinnbringend investieren. Und eigentlich haben beide auch einen guten Riecher, nur fehlt ihnen die Zeit, sich einen umfassenden Überblick über alle Anlagemöglichkeiten zu verschaffen. Sie verbringen die Zeit lieber gemeinsam bei ihrem Hobby, dem Boot fahren. Zu groß ist die Auswahl und zu groß auch das Risiko, das gewonnene Geld durch hohe Verwaltungskosten oder zu gewagte Spekulieren wieder zu verlieren. Wie also sollen Sie Produkte finden, die sicher sind und dennoch eine realistische Chance auf eine starke Rendite haben? Ganz einfach. Mithilfe unserer professionellen Anlagenoptimierung für Selbstständige und Privatpersonen profitieren Axel und Anja und natürlich auch Sie von unserem langjährigen Know-how. Wir zeigen Ihnen, wo das Geheimnis erfolgreicher Geldanlage liegt und wie Sie von den praxiserprobten und erfolgreichen Strategien profitieren, die schon viele superreiche Menschen angewendet haben. Schließlich ist die optimale Anlage immer auch eine Frage der richtigen Strategie. Diese erarbeiten wir in enger Absprache mit Ihnen und Ihren persönlichen Zielen und Vorlieben. Ob risikoarm oder eher renditeorientiert, wir optimieren Ihren Anlagemix und fügen die richtigen Bestandteile hinzu. So können Sie sich getrost von hohen Verwaltungskosten und Aufschlägen sowie von renditeschwachen Investments und versteckten Renditefressern verabschieden. Denn anders als viele Bankberater beraten wir Sie unabhängig und immer mit dem Ziel, Ihre Anlagestrategie jederzeit an Ihre Bedürfnisse anzupassen und zu optimieren. Ob Sach- oder Geldwerte, langfristige Sicherheit oder kurzfristige Risikofreude, am Ende zählt Ihre Rendite. Und die haben wir bei all unseren Aktivitäten immer im Blick. Vereinbaren auch Sie noch heute Ihren persönlichen Beratungstermin und profitieren Sie von unserer Expertise im Bereich Anlagenoptimierung. Auf Wiedersehen! 福祉, Vielen Dank.